Ah ja, close, close, close. Oh, ich hab ihn abgestaubt! S1HP! S1HP! Fix mal muten! Hab ihn! Oh mein Gott, danke! Oh, hab einen abgestaubt! Ha! Let's go! One time mal wieder! Hey Freunde! Fix hier! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Channel! Leute, heute ist es endlich soweit! Ich spiele zusammen mit MaxiPai! Heyho! Yeah! Ja, und wir spielen nicht normal, denn wir spielen heute Duo Arena! Oh no! Oh, scheiße, Alter! Let's go! Es kommt ja mit, glaube ich! Ja, ja, es kommt ein Team mit! Ich komme zu Helikopter! Kommst du weiter als ich? Ja, theoretisch! Ich könnte vielleicht auch oben landen, wobei... Ne, lande bei Helikopter! Ja, ich versuche die Waffe unten zu bekommen bei Heli! Ich lande oben, bei der Chest! Okay, der hat uns, glaube ich... Ich weiß nicht, ob die uns gesehen haben! 19er wide? Zweimal? Ich hab nur Pisslitz, nice! Knock, knock, knock! Der andere ist auch low! So! Ich finish für dich! Oder es kommt... Nice! One, Maxi! Let's go! Noch einer! Blue! 21er Blue! Zweimal 21er! Nochmal! Hey, hatten nur mich gesehen! Ich bin... Ah, ich bin so low, ne? Ich hau auch ab! Oh mein Gott! Maxi, wo bist du rausgekommen? No! Ich bin nicht hinten rausgekommen! No, 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 no! Ah, ich bin tot! Ach, die finishten direkt, ne? Wo kam die denn jetzt her? Ich hab die gar nicht gehört gehabt! Ich auch nicht! Weg da, weg da! Oh mein Gott! Mann! Nice job! Finish! Oh mein Gott! Lol! Lol! Letzten Sekunden! Muss rausgeben! Ich komm! Ja! Und dann zur Toilette! Und dann rein! Ja! Und dann bist du genau bei meiner Karte! Oh mein Gott! Wixi, ich krieg dich! Da ist die Karte! Hey! What's up! Uff! Digger! Ich werd mich ducken, wenn ich du wär! Ja! So? Besser? Du kannst dir vielleicht deinen Kopf von hinten nicht sehen! Ich bin noch zum Boot hin! Das können wir noch schaffen eigentlich! Lol! Es hat geklingelt! Ja, du musst mich fahren! Nice! Willst du oben zur Kiste da gehen? Ja! Ich geh ganz oben! Er ist oben rein! Er ist oben zu Chats! Ich hab ne Spaß! Er ist auf dem Dach oben! Ja! Ich hab keine Distance-Waffe! Er ist gelauncht! Ah nein! Die sind drin! Okay! Die sind drin! Ich hab C4! Ich hab auch C4! Ich hab auch C4! Soll ich mal die Wand aufsprengen? Kannst du machen! Ja! Lull! Ich hab ihn einmal getroffen! Einer gelasert! Zwei Hits! Muss kurz reloaden! Die sind unten! Die sind ganz unten! Jaja! Ich will mir kurz eine Waffe! Einer knock! Oh mein Gott! Der Bot hat mich fast gekillt! Beide down! Easy! Oh! Wir haben die Chestlighter zerstört! Hast du eine Heavy-Snipe? Ja! Eine hab ich! Ja! Ist egal! Du bist eh der bessere Schnipser! Nicht wahr Maxi? Ja! Vielleicht! So viel Spielzeit wie ich habe! Wollen wir da runter gehen? Direkt Pushy-Push-Push machen! Können wir machen! Weil wir haben beide ne Shotgun, oder? Äh! Sissi! Ah ja! Close! Close! Oh! Ich habe ihn abgestaubt! Headshot! Double Headshot! Hier drin! Er ist runtergefallen! 50 Fall! Nice! Hat nochmal 50 Hit von mir! Er läuft da zu Ding glaube ich! Copy knock! Copy knock! Nice one! Sein Mate ist da! Wide 12! Ich reloade! Ich pushe über die Seite! 17 Wide! Ab ihn! Nice! Ja! Nicer Slicer! Gut reingestaubt ne? Ja! Aber sowas kommt vor allem dein One-Tap da gefühlt! Ja man! Der ist ganz oben im High-Ground und denkt sich so! Ja komm jetzt zerstör ich dich! Klick tot! Okay! Lass gucken ob PP noch Action geht! Überleg grad wo noch solche Stationen sind! Ah Pleasant ist doch auch so ne Stütz! Ja und die sind welche! Wo? Ah! Oh okay! Kontrollerspieler vor sich! Ja komm Alter! Safe! Direkt ein Hit kassiert! Hinter uns! Hinter uns fix! Safe? Vom Berg! 20er! Ist einer noch ganz oben oder sind beide hier vorne? Ja einer ist ganz oben noch! Wir können den hier vorne pushen! Ja lass machen! Der andere schießt ihn drunter wenn wir beide hochgehen! Ja! Ich seh den anderen halt null! Der ist oben auf dem Berg irgendwo beim Baum! Er kommt! Er kommt! Nice! Haben wir getroffen 150? Knock! Nice! Gut gut! Komm runter! Ich rocke das! Ich hab Fallstand bekommen aber ist nicht schlimm! Oh nice! Er ist tot! Nice one! GG! Let's go! Let's go! Let's go! Wir zerfetzen Alter! Hast du den Kill für den bekommen? Mit Fall Damage? Ja hab ich bekommen! Soll ich trotzdem für die Fester gehen? Ne ne! Ja! Lot! Jetzt auch nicht mehr! Ne! Ich hab Minis noch ne? Brauchst du? Ja ich auch! Ich hab alles gut! Kannst du die weghalten, dass die nicht in die Zone reinkommen? Ja! Läuft schon! Alter! Ich bin drauf! Aber mein Bloom ist einfach nicht auf meiner Seite! Weißt du? Ja ja kenn ich! Und wenn die anderen einfach so schießen dann krieg ich immer 500 Hits gefühlt! Oh! Happy Knock! Nice! Ja lass pushen! Ich hab nen Jump Head eingetriegt! Ja ich hab auch nen Launch! Ich hab auch nen Launch! Nein lass nicht jetzt Jusen! Lass dann lieber um in die Zone zu kommen Jusen! Hit! White! Nice one! Ehre entwendet ihr kleinen Madensöhne! Was wollt ihr machen? Weiters heavy Snip! Let's go! Let's go! Lass einmal hier so ins Wasser fliegen oder? Ja! Oh da laufen welche? Wo? Oben? Oder unten dahinten? Ja aber lass doch nicht kämpfen! Ja! Die werden abgeschossen! Wollen wir einfach in die Zone schwimmen? Ja können wir versuchen! Rechts da sind auch noch welche? Ja wir sind voll im Sandwich gerade! Fuck die sind echt close Alter! Sobald die schießen müssen wir turtlen eigentlich! Komm lass hier links in den Busch! Oh die werden gelasert im Wasser! Da sind drei Leute im Wasser! Ich hau ne Rocket rein! Heavy Snip hier! Oh hab ein Hit! Nice! Okay ich Heavy snipe die die Metallbox gleich! Ja! Schieß drauf! Hier! Oh shit! Wie sagt ihr die Wand ne? Keine Ahnung! Mach die Wand! Mach die! Mach die! Oh shit! Nein! Ahhhh! Die jetzt rechts reinschießen müssen dann hätten wir umgekommen! Ja 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 ja! Da ist eine Knock! Es sind zwei Knock! Nice one! Wollen pushen? Da ist noch einer drin glaube ich! Ja hat Hit! Lass pushen! Mach du Pressure! Mach du Pressure! Mach du Pressure! Mach du Pressure! Ne ne ne! Er ist drin! Er steht! Hit! Shit Break! Nochmal White Hit! Nochmal White Hit! Nochmal White Hit! Ist One Shot! Ist One Shot! Habe ihn! Nice! Let's go! Warte ich ne Rockets! Shit wir müssen saunen! Ah ich hab zwei mal Minis dabei! Ja aber egal! Ich glaube ich nehm noch ne MP mit anstatt 5 Minis! Ich glaube ich nehm noch ne MP mit anstatt 5 Minis! Ohne ist jemand mit der Heavy! Double Heavy glaube ich eher! Wollen wir Jump hatten vielleicht? Der hat auch ne Snipe! Ah wir sind Close & Zone! Ja aber es hat ein bisschen... Ich ich ähm hier! Ich halt! Oben ist einer! Ah High Ground! Gerade oben! Ich hab mich eingebaut gerade unten! Okay! Bist du High Ground oder nicht? Ne ich bin nicht High Ground! Einer ist über mir! Ich komm zu dir! Lass hier chillen! Schau mal Zone an! Keine Ahnung wo die sind! Schau gerade ein bisschen! Wenn wir runter gehen und runter schießen? Was runter gehen heimlich? Ich hab halt C4 ne? Oh die sind da! Wollen wir wieder hoch gehen? Ja! Hat gut Mess verschwendet bei mir! Ja voll! Ich hab 300, 120 und 500! Du kannst aber zum Haus und looten wenn du willst! Ich hau ich ich C4 die! Ist nur einer unten! Pass auf! 120! Hier! Kannst du Heavy snipen? Mach! Warte! Wo? Hier das Dach! Ah ich wurde getroffen mit Heavy Sniper! Aber du hast Fisch und Minis oder? Wir müssen den Zaun halten ne? Wir können den Heavy snipen! Hier! Heavy Snipe Rocket! Linke Wand! Linke Wand! Ecke schiebe ich! 150er Hit! Äh 115! Ja! Nochmal! Nochmal linke Wand! Ah! Ja ich muss noch nachladen gerade! Ist Nock! Ist Nock! Ist Nock! Der Heavy Sniper für dich? Ja! Hab ich! Hast du noch Rockets? Ja hier zwei! Geht nicht für uns! Lass die raus! Lass die raus! Lass die raus! Lass die raus! Nice! Bin bei dir! Von hinten kommen welche in Ordnung! Wollen wir eins höher gehen? Können wir machen! Einer ist hier close! Einer ist richtig close! Lass gleich warten! Wenn Saum vielleicht zu ist, dass wir auf High Ground gehen! Ja! Schau mal hier sitzen zwei! Hier sitzen zwei! Wir können Double Heavy snipen! Okay! Schieß auf! Mach! Ja! Schieß! Wir trocken 150! Dann haben sie geschossen! Pass auf! Ich muss Minis nehmen! Jetzt sind sie über uns! Kannst du hier runter schießen? Ja! Ich könnte so ein bisschen versuchen! Soll ich tryen? Dann können wir vielleicht nach oben! Dann mach ich eins und versuchen nach oben ziehen! 3, 2, 1, go! Ja! Ist ein bisschen gefallen! Ich hab High Ground! Nice! Ich komm auch hoch! 70 und 100 abgezogen! Der da unten hat 100 Abzug! Ah! Schade! Von wo schießen die? Ah! Von Norden! Kannst du reinbauen in die Zone? Ah ja! Ich bin... Ja, Junge! Krieg's mir nicht! Muss alleine machen! Die Zone! Oh! 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 Ah! Scheiß Zone! Alter! Wie schnell ist die denn? Holy moly! Aber schöne Runde, Maxi! Die sind beide drin! Hier sind doch alle Chests und so da! Ich glaub die sind abgehauen! Oder die verstecken sich irgendwo! Ich bin grad im Keller! Aber dann hätten die Bots auf die geschossen! Weißt du? Da hast du noch ne Chest auf jeden Fall im Haus! Ja! Die Chest hab ich grade genommen! Die eine! Ja! Ich glaub die sind abgehauen Maxi! Ich mach grad die Chest unten! Keine Heavy Snipe leider in der Chest! RIP! Keine... Keine Shotguns! Wenn du außen den Container nimmst, dann kommst du runter! Oh! Oh! Die haben dich abgefangen ne? Komm mal! Hab ich ihn gelasert? Komm mal! Komm mal! Komm mal! Ist der andere? Weißt du das? Ich weiß nicht ne! Keine Ahnung! Wird wahrscheinlich woanders sein dann! Vielleicht weiter unten oder so! Könnte sein ja! Aber da ist auf jeden Fall ein Building! Da hinten läuft einer hinter der großen roten Scheune! Hab ich gesehen! Das hoch oder? Komm! Die rote Scheune drauf! Ja! Maxi wir denken so gleich alter! Das ist crazy! Da rechts läuft er! Da rechts! 150er Hit! 150! Das pushen oder? 50er sein Mate? Ja! Warte schon mal kurz! Noch mehr Gegner oder was? Ne ne! Ich dachte das ist ne Kiste! Aber es war nur so ein Lichtding! Ich push ein bisschen über rechts! 75er Headshot! Shield Break! Ah! Hab auch nen Headshot kassiert! Ich trinke nen Biggum! Ich hab High Ground! Ich schmeiß Ding! Zu viel auf die? Ja! Sie droppen! Lasert! Shield Break! Down! Einer! Ja! Nice! Let's go! Easy! Wo willst du den Drop vielleicht gehen? Ja wir können auch hier nochmal vorbeigucken! Vielleicht krieg ich da nochmal ne Heavy Snip Snop! Aber lass erst mal nen Drop holen! Ich glaub da wo du markiert hast, da war nen Safe! Ich hab nen Safety Heavy genommen! Ne dann lass Drop gehen! Uuuuuff! Ich lass Medikit da oder? Ja! Ja lass chillen auch mit der Zone weißt! Ha! Ja! Fortnite Arena! Das macht Spaß! Ja ja! Ja ja! Und? Hast du gestern auch Feuerwerk angeschaut? Was für ein Feuerwerk? Bei der Insel! Auf Madeira! War ein Feuerwerk! Hab ich nicht gesehen! Hast du nicht aus deinem Balkon raus geguckt? Ne! Da sind wir zwei ja! Lassen sie laufen erstmal! Warte bis du schießt! Ja! Gut! 75er Headshot! 28er! Nochmal weiß! Nochmal weiß! Zweimal weiß getroffen! Lass versuchen den zu verfolgen! Er ist im Haus! Ah nein! Ist neues Team! Beim Haus! Ja ja! Safe in den Busch! Dann snipen welche! Das ist ein lieber Sound! Knock! Ja knock! Wo? Da hinten! Zwei Hits! Shit Break! Wo hast du den genockt? Ah, ich sehe ihn! Dein Kill Secured! Hihi! Ist er da drin? Der hat ein Heavy, Alter! Weiß nicht! Keine Ahnung wo da hinten ist! Noch ein Launchpad für mich! Easy cheesy! Kannst du viel mitnehmen! Hast du Rockets vielleicht? Einer ist auf der anderen Seite vom Fluss noch! Ich hab null Rockets! Immer noch null! Ah! Hab einen Hit kassiert! Von der Seite auch! Leider tot! Nice! Andere Seite auch! Ich hau mir Minis rein! 150er oben! Oh! Sniper ist so geil, Alter! Warte ich kann ihm ein Ding drücken! Eine Rocket! Macht! Linke Wand! Schade! Oh! Links oben auch noch Gegner! Lass mal ganz kurz den Loot hier hinten holen! Ja! Die ist Anna gestorben! 150er! Oh! Hier drin! Auf dem roten Mark! Kannst du aufschießen? Hast du ihn? Nee, nee! Er hat ihn! Er hat mit Minigun schießt! Oder late! Dann werden wir abgefangen, denke ich! Oh! 150er. Als ob das abgesprochen war mit den Aufschießen. Ja, wollen wir jetzt, oder? Ja, pass auf. Wir können doch vielleicht mit Wasser versuchen, dann werden wir vielleicht gar nicht geläsert, weil da gar keiner ist, reicht es so. Ja, lass versuchen. Ah, ich geläse von hinten, bin tot. What the fuck? Kannst du mich einbauen? Oder soll ich weiterschwimmen? In den Busch rein? Nein. Hebe auf, hebe auf. Sind die schon da? Das wäre anders. Oh, Mexi, Alter. Hinter uns ist nicht 3-1 gewandt. Oh, das ist C4. Egal. Ah, komm. Bro, Alter, was ist das denn? Nein, ey. Nice. Komm, Mexi, deine Chance. Zeig uns, was du kannst. Time to shine. Ja, ohne Metz wird es ein bisschen kritisch, ne? Ach, kriegst du hin. Da ist ein Baum. Oh, was ist das? Oh, der fuck. Oh, Alter, wo kam der her? Hey, Fix, aha, neue Runde, neues Glück, wa? Hey, Mexi, aha, let's go. Ja, die sind über uns. Die gehen auf jeden Fall ganz oben drauf direkt. Ich hab ne Burst und ne Biggo. Lass es weg. Hab ihn gelasert. Ist One-Shot. Der Dude ist One-Shot einfach da drin. Das ist gut, das ist gut. Ja, aber die Bots haben mir den Kill geklaut. Blieb noch einer hin? Hit. 30. 30. Nice. Okay. Die scheiß Bots haben mir den Kill geklaut, Alter. Was ist denn jetzt los? Alter, ich hab so wenig Munition und alles. Komm, Snappy. Nein, kein Snappy Snipsy, Alter. Die waren welche? Safe bei der Rückenschäune sind die noch. Oder ein bisschen weiter. Ah, die haben nicht gut gelootet, oder? Ich weiß nicht. Guck mal, hier. Links, links, links. Hier, hinter. Was? Ich hab genau über seinen Kopf geschossen. 75er Headshot? Ja, da ist auch Red obendrauf. Ah, er ist im. Ich hab diese Bots. Soll ich mal in den Bot schmeißen? Lass oben drauf gehen, oder? Ja, rechts gehen. Die sind oben, die sind oben. 150er unten. 150er hier unten beim Holz. Ich kann nicht markieren. Ich weiß nicht warum. Lasert? Oh, fuck. Oben, oben, oben. Oben, oben, 60. Nice. Ist ganz oben, oder was? Ja. Ich baue runter. Hä, wo ist Headshot? Komm runter, ich kann runterreißen, glaub ich. Ja, ich hab noch meinen 20er HP gegeben. Wo hält denn das? Hier. S1HP! 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 Ficks bei mir unten. Hab ihn. Oh mein Gott, danke. Uff. Er hatte wirklich 1 HP oder so. Uff, Digger. Ich hatte keine AR-Kurse, sonst hätte ich ihn bekommen. Ja, mein MP war auch leer, Alter. Sonst hätte ich ihn auch bekommen. Sonst hätte ich die Wand direkt gehittet, ey. Oh, Zone ist ein Stückchen weit. Vor mir, close. Ja, aber ich weiß nicht, ob's... Ich werd gelasert von der Seite, ich werd gelasert von der Seite. Hat ein Hit? Oh, komm. Ich hab mich grad hoch, kurz. Slow, slow, is down? War nur der eine, ne? Ach, fuck. Ich hab irgendwie ein Hit von der Seite bekommen, obwohl da niemand war. Hier ist eine goldene Scar, wenn du willst. Oh, Zone. Aber wir haben heute echt keinen Zone-Lock, ne? Nee, gar nicht. Die ganze Zeit müssen wir rennen. Können safe bisschen abstauben, Mann. Ich hab auch 6, äh, C4. Hab ja früher runter, Alter. 60. Der launcht. Sorry. Ein Hit. Noch ein Hit. Schildbreak. Der andere ist unten. Close. 39 White. Noch ein White. Down. Nice. Das mit Zipplern, oder? Ja. Oh mein Gott. Lol. Hat er dich gehittet? Nein. Aber er hat mich runtergeschossen, irgendwie. Wo ist der Gegner? Einer läuft. Close vor uns. Da vorne, da vorne. 70, 70. In dem Ding? Ja. Ich glaub, er ist rausgegangen. Nein, ist noch drin. Nee, ist wieder drin. Oh, full Shipbreak. Shipbreak. Er fliegt, glaub ich, runter ein bisschen. Nein. Er schieß runter. Ab ihn. Down. Nice. Da, da, da. Schieß auf den. Drei, zwei, eins. Oh, 150er. Ich war doch auf seinem Kopf. Wir können auch hier in den Busch, Alter. Bleib bisschen zurück. Ich bin relativ low, deswegen. Oh, hab einen abgestaubt. Ha, let's go. One step mal wieder. Ich hab die Bandu-Gun, wenn du kannst halt, ne? 150 Geld. Oh, ich hab kassiert. Warte, ich hau mir kurz Minis. Oh, ich hab irgendwelche Pressure. Fuck, fuck, fuck. Was schießt er auf mich? Wo bist du? Komm mal. Oh, komm. Ja, jetzt von hinten. Von hinten auch. Oh, komm, Alter. Von beiden Seiten. Egal, Maxi. Er schießt einfach unendlich, weißt du? Ist das ne Minigun oder was? Nein, Tommy Gun. Egal, GG. War ne richtig starke Runde, Alter. Allgemein waren es richtig starke Runden. Ich hab 8 Kills. Oh, Mann. Tommy Gun ist schon echt OP, Alter. Leute, ich würde aber trotzdem an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zusammen mit Max5 gefallen. Ja. Ein paar schöne Arena-Runden haben wir gespielt. Wir sehen uns im nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen. Dankeschön. Tschüss. ugs. Alles, ciao.